Kennen Sie den ersten Schritt im Pflegeprozess? Ich möchte Ihnen heute etwas genauer über das Erstgespräch nach dem 11. Buch des Sozialgesetzbuches erzählen. Mein Name ist Kathi Trott. Ich bin examinierte Krankenschwester, zertifizierte Praxisanleiterin und seit über 20 Jahren aktiv in der Pflege tätig. Aktuell arbeite ich im ambulanten Bereich bei der Zernumkehr mobile Pflege. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich Ihnen kurz meine einzelnen Teilabschnitte benennen, um die es heute gehen soll. Ich werde Ihnen natürlich den Begriff Erstgespräch, Erstbesuch definieren, Ihnen etwas über die Anforderungen und auch den Ablauf des Gesprächs erzählen, auf positive und negative Einflussfaktoren eingehen, detaillierte Informationen zu den Inhalten darstellen und auch Ziele besprechen. Das Erstgespräch ist immer auch ein erstes Beratungsgespräch zwischen dem Klienten und mir als Fachpersonal. Außerdem ein erstes Kennenlernen und somit auch immer eine Möglichkeit, eine erste Vertrauensbasis zu schaffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017